Du bist Online-Coach, Berater oder Dienstleister und du möchtest gerne deinem Lifestyle leben, deinen selbstbestimmten und unabhängigen Lifestyle durch dein eigenes Business. Hi, wir sind Daniel und Susi und wir sind Online-Coaches, wir sind digital Nomaden und wir leben gerade aktuell in Portugal. Wir haben Phoenix Nomads ins Leben gerufen, damit wir dich unterstützen bei deiner eigenen Videocontent-Strategie, damit du herausgehen kannst und dich abhebst gegenüber all den anderen Online-Coaches. Denn vielleicht geht es dir so, wie es uns damals ging, dass du nicht weißt, wie genau sollst du denn jetzt an deine Kunden kommen. Wir waren ready, wir wollten durchstarten, aber dann kam die Frage auf, wo und wie kommen wir denn jetzt am besten an unsere Kunden? Dann haben wir eine Entscheidung getroffen. Wir haben unser Business vereinfacht und haben uns auf eine Sache spezialisiert, nämlich auf Videos, auf den Videocontent, den groß zu ziehen. Es gibt ja viele Möglichkeiten, wie man an Kunden kommen kann und warum denken wir, dass Video die Zukunft ist und vor allem auch die beste Form, warme Leads, also wirklich Kunden, die zu dir kommen. Du musst nicht Kaltakquise machen und an den Türen klopfen. Ich habe 2015 Deutschland verlassen und habe dann während meiner Weltreise den größten deutschen Work-and-Travel-Canada-Blog aufgebaut. Ich habe in Vancouver in der Filmindustrie gearbeitet, da kam schon mein Fail für Video und alles her. Aber wie habe ich das geschafft, dass dieser Blog, ohne dass ich aktiv in Werbung zahlen muss oder irgendwie jetzt noch aktiv da Werbung machen muss, wie kommen da immer wieder neue Kunden? Wie wird mein Buch verkauft? Wie kommen Kunden zu mir? Ich habe da folgendes angewendet und das ist ein sogenanntes passives System. Stell dir vor, du gehst auf ein Seminar, um mit Leuten zu netzwerken. Das ist eine Mega-Methode, um neue Leute kennenzulernen. Aber das ist auch an deine Zeit gekoppelt. Das heißt, sobald du aufhörst, das zu tun, kommen keine Kunden mehr in dein Haus. Mit Video ist es ein bisschen anders. Ich habe damals Folgendes gemacht. Mit dem ersten Artikel bin ich auch auf YouTube gegangen und habe Evergreen-Content erzeugt. Evergreen-Content ist Content, was man noch in der Search, weil du weißt wahrscheinlich schon, Google ist die Suchmaschine Nummer 1, YouTube ist die Suchmaschine Nummer 2. Und über einen Zeitraum baust du dann dir so viel Evergreen-Content auf, dass immer mehr Menschen auf dich aufmerksam werden. Das hat aber noch einen anderen Riesenvorteil. Mit Video, das ist die höchste Form, wie du online Vertrauen aufbauen kannst, Autorität zeigen kannst, deinen Kunden helfen kannst. Ein Kunde braucht sieben Ankerpunkte, bevor er überhaupt anfängt, mit dir ins Geschäft zu kommen. Weil wir Menschen machen nicht Geschäft mit irgendeinem Produkt oder irgendeinem Brand, sondern wir machen Geschäft mit Menschen. Und wenn man dich sieht vor der Kamera, so wie jetzt hier bei uns, jetzt siehst du uns, du kriegst einen Einblick, hey, der Daniel, der redet so, die Susi, die redet so. Und wenn du dir das jetzt vorstellst, in deinem Markt, in deiner Nische, gibt es auch noch andere Online-Coaches, andere Berater. Und wenn dort einer Video verwendet und du nicht, dann wird er dich abhängen. Du wirst in der Zukunft, weil das ist die Video, Video ist die Zukunft. Ich gebe dir ein kleines Beispiel. Aktuell haben wir einen Krieg zwischen Meta, also Facebook, TikTok und YouTube. Und die wollen alle die Nummer 1 Video-Plattform werden. Warum? Weil Video die Zukunft ist. Und um dich dabei bestmöglich zu unterstützen, haben wir einen 101-Coaching ins Leben gerufen. Dabei werden wir dir helfen, deine Video-Content-Strategie ins Leben zu rufen, zu erstellen von der Idee bis zur wirklichen Umsetzung. Außerdem geht es natürlich auch um Themen wie Positionierung, deine Nische, wie ist dein Angebot, dass deine Kunden auch auf dich aufmerksam werden und das haben wollen, was du anbietest. Und damit das Ganze auch wirklich von Erfolg gekrönt ist, weil 80% unseres Erfolges passieren in unserem Kopf, ist das Thema Mindset natürlich ein großer Bestandteil des Ganzen. Jetzt liegt es an dir, ob du auch eine Entscheidung treffen möchtest. Möchtest du dein Leben radikal verändern? Wenn ja, haben wir ein kostenloses Erstgespräch, wo wir gemeinsam dein Business angucken, eine Strategie entwickeln, wie das für dich auch umsetzbar ist. Wenn du das möchtest, dann gibt es jetzt hier auf der Webseite, scroll einfach runter, dort gibt es einen Button, Erstgespräch. Dort gibt es einen Link zu Calendly und dann kannst du einfach uns einen Terminvorschlag machen und dann rufen wir dich einfach mal an. Oder du gehst auf unsere Webseite, Phoenix Nomades und ganz oben findest du im Menü Erstgespräch. Da klickst du drauf und buchst ein Gespräch direkt mit uns. Wir freuen uns auf dich im Call. Ciao!